Ebay. Verkaufsrausch auf Abruf. So geht's. Für jeden Verkäufer ist Ebay wirklich eine Insel der Seligen. Denn mal ehrlich, kennen Sie irgendeine andere Verkaufsmöglichkeit, bei der Ihnen wohl situierte und kaufbereite Kunden regelrecht die Bude einrennen? Ebay hat gewissermaßen die Stimmung des Ex-DDR-Bevölkerung kurz nach der Wende auf Flaschen gezogen und sie quasi für das eigene Unternehmen reproduzierbar gemacht. Erinnern Sie sich noch an die Bilder kurz nach der Wende? Da fuhren die Lastwagen aus dem Westen auf irgendeine Straße in der ehemaligen Ostzone vor, packten die heißersehnte Ware auf die Straße und die wurde den Verkäufern von der Bevölkerung regelrecht aus den Händen gerissen. In der materiellen Welt sind solche Verkaufsräusche heutzutage völlig undenkbar. Bei Ebay gehören sie zum Alltag. Allerdings weitaus nicht für jeden Verkäufer. Tatsächlich ist es so, dass zwar viele von einer finanziell abgesicherten Zukunft als Top-Ebay-Verkäufer träumen, dass aber diese Träume zerplatzen wie Schäume, sobald die Betroffenen erst einmal ein paar Tage oder Wochen auf Ebay unterwegs gewesen sind. Woran liegt das? Nun, die echten Spitzenverdiener unter den Ebay-Verkäufern wenden so ihre Tricks an. Wenn man diese Tricks kennt, kann man diese Wendezeit-Verkaufsrausch-Gefühl gewissermaßen Tag für Tag aufs Neue wiederbeleben. Übertragen auf diese Online-Plattform. Versteht sich? Ja, in der Tat, die echten Ebay-Top-Seller schaffen es einfach, Verkaufsrausch auf Abruf zu generieren. Diese Tricks waren bislang nur den wahren Insidern vorbehalten. Aber jetzt hat ein echter Ebay-Top-Seller ausgepackt und ein Buch geschrieben, das sich in Windeseile zum Bestseller entwickelt hat. Goldmine Ebay. Und hier verspricht der Titel wirklich nicht zu viel. Lassen Sie sich von Markons Rents zeigen, mit welchen Tipps und Tricks auch Sie bei jedem Ebay-Verkauf optimale Einnahmen bzw. Umsätze erzielen. Sie lernen außerdem, wie Sie Ihr Geschäft bis ins Detail automatisieren. Was nichts anderes bedeutet, als dass Ihnen gewissermaßen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, während Sie sich gemütlich im Sessel räkeln. Ja, auch solche Märchen macht Ebay wahr. Gewusst wie. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Ja.